Servus Freunde des Ballsports. In den letzten Tagen wurde es immer wieder berichtet, Marco Reus steht vor einem möglichen Wechsel zu RB Leipzig. Er könnte seinen Klub Borussia Dortmund im Sommer ablösefrei verlassen und da wollen wir die Leipziger zuschlagen. Max Eberl hatte sich zuletzt noch geäußert, dass er sehr sehr genau wieder mit Marco Reus zusammenarbeiten würde. Der ist ja mittlerweile Sportdirektor bei RB Leipzig und jetzt hat er eben nochmal ein Statement abgegeben und für Klarheit gesorgt. Und genau darum sollte es heute in diesem Video gehen. Vor allem die Info lasst mir gerne, aber da um nichts mehr die Bundesliga und auch um Marco Reus zum Beispiel zu verpassen. Aber jetzt auch schon zurück zum Thema. Er hat auf jeden Fall bestätigt, dass er sich mit Marco Reus seinem Berater getroffen hat. Ich zitiere, er war bei ihm im Stadion, wir haben uns am nächsten Tag getroffen, wir haben einen Kaffee getrunken, wir haben weniger über Spieler gesprochen. Das erklärt der Eberl weiter. Also da gab es auf jeden Fall Kontakt, das konnte er jetzt hier so bestätigen. Aber er fuhr eben fort und sagte, dass an der Meldung, dass Marco Reus möglicherweise zu RB Leipzig wechselt, da ist nichts dran. Genau das sagte er nach dem Bundesligaspiel gegen den FC Schalke 04. Und er sagte, natürlich gibt es grundsätzlich Verbindungen zwischen Max Eberl und Marco Reus. Marco Rose, der Trainer von RB Leipzig, auch da gibt es Verbindungen zu Marco Reus. Aber man versucht natürlich die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen und Marco Reus soll da anscheinend, so hört sich das zumindest raus, jetzt erstmal nicht dazugehören. Das kann man aber auch jetzt auch erstmal nur so als Scheinstatement sehen. Möglicherweise wird er doch geholt, möglicherweise auch nicht. Wie gesagt, ich gehe persönlich davon aus, dass Marco Reus sich nochmal zusammenreißt und dann letztendlich bei Borussia Dortmund verlängern wird. So zumindest hoffe ich es auch als Dortmund-Fan. Es wäre schon sehr, sehr krass, wenn man eine solche Identifikationsfigur wie Marco Reus verlieren würde. Was haltet ihr davon? Meint ihr Max Eberl, der wird Marco Reus nicht nach Leipzig kommen oder glaubt ihr, das hat er jetzt nur so gesagt, um das Ganze noch so ein bisschen hinter den Kulissen weiter zu behandeln? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Bis dann Leute. Ciao.